Bin ich am Rande der Welt? Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird voller Kobalt sein. Das ist Platinum. Okay. Ja, gut, danke. Mehr Herzen. Hier wohl gerade so ein Haufen Sylt. Nehmen wir mit. Hier ist noch mehr Sylt. Alter, hier ist ein ganzes Vorkommen. Ich finde so viel Kobalt und Eurekalkum. Ne? Ne? Alter, ich kann nicht mit Sylt gleich kaputt werfen. Das ist gut. Ich habe jetzt gerade 100 nur hier drin. Das ist nicht besonders viel. 125. Geht. Es wird mehr. Solange es mehr wird, ist es gut. Ich bin noch nicht am Ende. Das ist noch nicht das Ende. Alter, das hört mich auf. So. Ich will doch nur ein bisschen Titanen-Shit. Ein bisschen wäre gut. Man braucht ja richtig viel davon. Das ist doch nur Copper. Oh Mann. Das ist Platinum. Okay, warte mal. Warum sieht Platinum manchmal anders aus? Ne, ich habe auch das Gefühl, manchmal verändern die einfach hier aus. Bist du ein Mimik? Nein? Okay. Noch so ein Doha-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr-Bohr. Das ist eh. Das ist eh irgendwie sowas, was man schon... Ich mache mal gleich Bilder davon. Erst mal die 50 Hermes-Boots hier reinpacken, die ich gefunden habe. Ich sollte mal vielleicht mein Gold weglegen. Ein bisschen was. Gesammelt. Okay. Aua, was tut mir da weh, was tut mir da weh. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Ich schieße noch ohne Ende Sild, ne? Ja. Ne? Ja, 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 ja. Mehr Sild. Oh, was war das? Was ist das? Das ist ein Vieh, was auf mir drauf saß. Eine Mücke oder so. Moment. Moment? Ja, wo Fenster zu machen hier. Ach so. Ja, ich weiß ja nicht, was die Mücken mit dir so haben. Wie haben die dich lieb? Ja. Die sind Fans. Ich will jetzt nicht aufhören, bevor wir nicht ein bisschen Titanium gefunden haben. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ey, so im Ernst, so. So. Verlunker. Jetzt sehe ich die Mücke wenigstens. Oh, hier ist das Ende der Welt. Das hat mir jetzt Schaden gemacht. Wir sind hier voll am Ende. Ich bin auch am Ende. Mit den Nerven. Ey, was macht man denn? Ach so, der Sild macht mal Schaden. Ja, der fällt. Das macht der gerne. Das ist so ein besonderes Talent. Alter. Oh Gott, so viel Sild. 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 Sild, sild. Hui. Natürlich unter Wasser. Was ist es? Hm? Platine. Oh, ich habe gar keine Puschi mehr. Das da sieht auch nochmal ganz anders aus. Wird aber Eisend sein oder so. Ich finde, das sollte in dem Spilanka-Porschen da richtig krass eindeutige Farbe stehen. Ja. Das wäre dann vielleicht zu einfach, aber egal. Hm. Hm. Ich meine, Kobalt ist ja auch ganz eindeutig supergrün. Aber diese ganzen Gelb- und Rottöne. Das ist Eisen. Okay. Das ist Copper, hoffe ich. Das muss Copper sein. Ich finde schön, wie man mit der Zeit einfach so verunsichert ist. Ja, wie oft ich jetzt schon dachte, das wäre kein... Ich habe es. Ich habe es. Wie sieht es aus? So hellgrün. So grisselig. Ja, so grisselig. Ein bisschen Grünschimmer. Dann habe ich davon aber überhaupt nichts in der Nähe. So grisselig grünlich. Aber fast wie Eisen, ne? Warte mal. Eisen war das dicke, oder? Das ist Eisen, das hier. Hey, wo ist denn Maus? Da ist Eisen. Auf deinem Bildschirm sieht alles ganz anders aus als auf meinem. Die Farben auch irgendwie ganz anders. Tja. Boah, den Cloud in der Bottle. Grisselig. Okay. Ja. Nicht diese großen Blubberblasen. Das ist dann auch voll selten. Sondern die kleinen. Das ist ja dann mega selten. Das ist scheiß Zeug. Ja, ja. Schon so. Warum liegt da Titaniumohr rum? Wird nicht eingesammelt. Okay, gut. Ich dachte schon. Ich habe jetzt schon ganze... 25. Grisselig und grün. Aber nicht richtig grün. Mehr so... Das ist Eisen. Und da drunter ist eins, das sieht schon wieder anders aus. Aber es könnte auch wieder Eisen sein. Eisen hat so dicke Bubbles. So Blubberblasen. Sieht ein bisschen aus wie kleine Köpfe. Von kleinen Rittern. Kleine Köpfe. Ja. Jetzt bin ich mir aber auch schon wieder unsicher, ob das da jetzt ist. Welches? Das da. Nein. Das ist Platin, ne? Das sah aus wie das dann runterfasst. Aber es ist von der Farbe her irgendwie auch so. Ja, aber die Struktur ist doch ganz anders. Ja, aber die... Ja, das ist Platin. Okay. Du so. Ja, ich wollte nur sicher gehen. Wir haben gerade grisselig gesagt. Und du fragst bei dieser sanften Platinum... Ja, aber... Weißt du, bei dieser sanften Platinumstruktur fragst du schon wieder, ob es das ist. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich dran vorbeilaufe. Weil ich mir denke, es ist eh nicht. Darfst du auch nicht bei Eisen fragen, weil Eisen sieht ganz anders aus. Nein! Doch, Eisen sieht total anders aus. Sieht bestimmt von klein zu klein anders aus. Ich glaube, ich habe wieder was. Ich glaube, ich erkenne es. Oh. Ja! Ich bleib beim Kisten öffnen. Du kannst dich das ganze Titanium hier überlassen. Oh, das ist eine Mimik, die es gehüpft. Heißt es das? Wenn sie dir wehtut, wenn du in sie reinläufst, ist es eine Mimik. Kann sie nicht öffnen. Dann ist es, dann weiß ich nicht. Dann hau sie. Kann ich nicht. Dann... Kann sie aber nicht öffnen. Verpackt. Ich kann sie echt nicht öffnen. Und abbauen geht auch nicht. Was ist mit dieser Chest? Kaput. Oh mein Gott, das finde ich so viel. Warum war ich schon? Jetzt findest du viel. Ja, das heißt viel. Wir haben jetzt halt die dritte Stelle gefunden. Das ist mit dieser Chest. Warum ist die verpackt? Ach, die war abgebaut. Lol. Okay. Oh, dann war ich da. Ich hab die nämlich aus Versehen abgebaut. Du warst ja noch nicht. Sicher, weil ich vergesse es in der letzten Zeit immer, äh... Fackeln aufzustellen. Ey, wenn du hier vergisst, alles auszuleuchten, ne? Ja, tu ich. Das da könnte Kobalt sein oder halt Titanium. Das ist Kobalt. Das ist viel zu grün für Titanium. Na gut. Mach mal eine Hoffnung. Ich sag's dir nur, wie es ist. Die Strangeplant lass ich dafür jetzt hier. Titanium hat mehr so die Platinum-Farbe, aber eine andere Struktur. Mhm. Sag nicht so böse, mhm. Ist der, während ich hier das Zeug ran schaff, einen guten Stoff besorg, sagt der, mhm. 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 Ich kenne einen guten Stoff. Ja. Was bist du denn? Kiste. Oh, zwei Spiel-An-Karposhis. Dirt kann weg, Sand kann weg. Das Wild kann nicht weg. Das Wild kann auch weg. Nope. Glatt Moon, yay, und schon ist mein Wasser rot. Ich bin doch nur hier weg. Ich verwahrt da schon die Loot. Die hat hier schon... Die Loot. Fahrgerung. Hm? Oh, toll. Oh, mein Spiel-An-Karposhis ist zu Ende. Nu. Ich geh nach Hause, mich ausleeren. Das klingt so falsch. So. Oh nein, es ist Blutmond. Mhm. Ich bin schon wieder am Rand der Welt. Ich hab mich bald bis zur Hölle durchgebuddelt. Tu mich auch, Blutmond. Tu mich auch. Ach ja, jetzt kommen auch Armored-Dinger hier so. Und Riesenaugen. Droppt jetzt neuer Shit. Nee, es kommen einfach nur größere Augen. Oh, Mann. Ach, sogar die Geister kommen hier oben. Krass. Du-di-du-du-di-du. Du-di-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Wo packst du die Augen hin? Wo ist eigentlich mein Imp? Wo du gerade Summons sagst? Aber. Wo packst du die Summon-Augen hin? Bei Summons? Nee. Wo hast du die letztens reingetan? Aber sie ist dann nicht mehr drin. Ich hab sie gerade gequickstackt und sie sind nicht da drin. Ähm, ja dann, keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Ja, ich hab nen Zylinder. Hey, mehr Zylinder. Äh. Hä, ich hab sie doch mit Quicks. Quicks, die aus. Quicks. An dem Moment. Hä, nein. Wie das rumbackt. Du-di-du. Hm. Puh. Da quicksickt er die nicht rein. Das ist, glaub ich. Das ist, glaub ich, Titanium. Schnell. Hab ich dann bald ne Titanium-Pick-Ax? Nein. Die brauchen wir, glaub ich, nicht. Sicher? Äh, ja, nein. Aber ich mein, äh, es gibt ne andere Pick-Ax, die man eher machen sollte, als die Titanium-Pick-Ax, weil Titanium so nervig ist. Wo quicksickt er das Auge rein? Hm. Erst im Ball Equipsable, den, das Band. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon 5 Hermes-Boots. Das können wir bald verkaufen. Summons. Hier ist es nicht drin. Warum sind Fackeln bei Summons drin? Wer weiß. Hä? Wer weiß, hab ich gesagt. Ich, ähm, weiß es nicht. Hm. Ah, mein Blutmond, was in den Kisten zu suchen, das ist so nervig. Oh, ich hab keine Sparklies mehr. Ich geh jetzt aber, glaub ich, erst mal kurz zurück, weil mein Inventar voll ist und mich das nervt. Ähm. Hey, Blutmond. Ein bisschen Party. Ui, Geld. Was hast du da? Die, ähm, Gegner kaputt gemacht. Was hast du da für ein krasses Jo-Jo? Das ist die Jo-Jo-Bag, die das krass macht. Tup, tup. Oh, ein Clown! Entschuldigen. Der kann irgendwas droppen. Ich weiß noch nicht mehr, was das war. Aber ich weiß, dass ich es wollte. Mein Inventar ist immer noch voll. Ich suche noch die ominöse Kiste, wo die Augen hingeschickstackt werden. Hier. Wo? Die da war's. Ich hab sie dir zugeworfen. Mach weib, mach zu. Ich hab sie dir zugeworfen. Aber was, wofür ist die Kiste eigentlich? Das ist ne Krimskramskiste. Warum ist die nicht beschriftet? Weil die Krimskramsig ist. Krimskramsig. Ja. Ich sag sie so. Ja. Warum hast du ein Ei auf Cthulhu bespört? Ich kann. Ich muss kein Damage machen. Warum kann ich kein... Ich hab Titanium. Wo sind die... Wo kann ich keine Bars machen? Frag den Guide. Vielleicht brauchst du wieder was dabei. Sagt er mir, was ich denn da brauch? Ja. So hab ich sie auch rausgefunden. Für Hellstown auch Obsidian Brau. Titanium Forge. Tja, dann brauchst du erstmal nen dicken Ofen aus Titanium. Äh, ja, aber eigentlich sollte ich die machen können. Warum hab ich das nicht gesehen? Das Algo droppt, kein geilen Shit. Ja, hab ich doch gesagt. Gott, der wird. Bin ich blind? Äh. Okay. Wir lachen Arcan, Shark Tooth Necklace, das Arcan... Das Armor Penetration um 5 erhöht und plus 20 Mana gibt. Klingt gut. Uff, ich krieg gleich nen... Anfall? Ja, einen Anfall. Guide! Warum lügst du mich an? Der lügt nicht. Musst du richtig gucken. Hellforge, 30 Titanium Ohr. Ich steh vor ner Hellforge und ich hab 95 Titanium Ohr. Gib mir... Warum bin ich blind? Da. Und? Hast du's gefunden? Warum hast du das... Ich hab's nicht gesehen, ums Verrecken nicht. Nein, du musst die Hellforge im Inventar haben, du Nuss. Ach so! Weil die besser ist. Äh, was ist das denn? Okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Quaftest du zum ersten Mal, oder was? Ja. Schon so. Jetzt kann ich hier Bars machen, soll ich? Ja, schon so. Boah, 5 Stück Pudding. Ja, schon so. Deshalb sag ich, dass wir die Pickaxe, glaub ich, nicht brauchen. Erstmal den krassen Helm machen, Alter. Boah. Alter, ist Titanium krass. Titanium ist krasser Mist, ey. Krasser Mist. Pack das mal hier rein. Oh, Mann. Es ist so gut. Was? Also, dieser Dual Hook, da kann nichts irgendwie. Ich kann ihn nicht da rein tun. Endlich ist Blood Moon vorbei. So, was haben wir denn hier? Gold hab ich noch. Ach, den kann man direkt equipen. Equipen? Jetzt frag ich mich natürlich, ist der jetzt besser als... ...das, was ich vorher hatte? So. Wow. Ich glaube schon. Das ist ein Gegner. Ein nerviger Gegner. Aua, aua, aua. Voll scheiße, ja. Hey. Springt der einmal über mich drüber. Ins Herz gesprungen. Autsch. Ich komm doch aber nicht hinweg, dass die die Hellforge da... Was? Nix. Alles gut. Ich könnte mir, glaube ich, den... Ups. Das war jetzt ein bisschen mehr, als ich machen wollte. Den Oricalcum-Schüssel machen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Titanium. Titanium. Aber ich mein... Das Problem ist halt, das Scheißzeug zu finden. Das anderes machen wir damit eh nicht mehr, ne? So kann ich es mir eigentlich auch einfach machen. Du kannst jetzt im Hard-Mode auch Crates angeln. Stimmt. Das kann ich. Das kann ich. Viel Spaß. Warum sagst du das jetzt so? Weil du gerne angelst. Ja. Das ist kein Grund, das so zu sagen. Es tut mir leid, dass ich dir viel Spaß beim Angeln wünsche. Ich mache mir jetzt einen Oricalcum-Schiss. Wollen wir aufhören? Können wir? Können wir tun? Aufhören. 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 Oh. Pup. Noch hat sie nichts gesehen. Was hast du gemacht? Was hast du getan? Ich bin... Der rosa Power Ranger. Was heißt, warum hast du die Tür kaputt gemacht? Der Bohrer ist ausgerutscht. Okay. Der Fisch ist reingelaufen. Warum siehst du so scheiße aus? Weil ich... Neue Rüstung gemacht habe. 16 Titanium-Bars? Damit kann man nichts machen. Doch. Aber unnötige Scheiß. Finger weg. Keine Spitzhacke? Nein. Die braucht 20. Traurig. Traurig. Ich finde es ätzend, dass du so viel Titanium findest und ich nicht. Das heißt so viel. So viel. So viel. Auf welcher Höhe hast du es gefunden, ist die Frage. Fast Hölle oder eher höher? Das ist wichtig. Ich weiß nicht. Oh, wie merkt sich das? Nee. Halt da drüben, wo ich es so lang gebuddelt habe. Warte mal. Was ist... Ist das Eisen? Ja, ne? Ich hab da so lang gebuddelt und dann war das da. Mhm. Ja. Mhm. Hast du kein Eisen hier? Ist bestimmt Platinum. Eisen. What the fuck? Auch Eisen. Eisen sieht immer anders aus. Das ist Kobalt. Das weiß ich. Braucht aber keinen Mensch. Was ist das da? Eisen. Hier brennen die Käfer. Hier geht voll Party ab. Hier brennen die Käfer. Ja. Hier ist die Küste. Loll. Das ist die Hübsche. Den muss ich ja mitnehmen. Die Hübsche. Oh, und eine Live-Küste ist da auch. Jetzt geht es aber ab hier. Jetzt kommt die Party und die Party geht ab. Okay. Okay. So, ich dachte, du wolltest jetzt aufhören. Wollte ich auch, aber dann... ...krieg ich in dieses Loch rein und... Aber dann... ...hab den ganzen Schiss wiedergefunden hier. So. Äh. Zack. Bin jetzt blau. Was bist du? Bin jetzt blau. Und... Wusstest du schon immer, dass du zu viel trinkst. Säure. Säure. Säuerlich. Ob mein Jojo gegen Wivonens ankommt? Muss noch testen. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen mehr Verteidigung. Angry Nimbus 2. Oh, das sind diese Wolkendinger. Die da? Ja. Die droppen auch irgendwas. Was schießt du auf den so krass? Ich weiß nicht. Hat irgendwas gelasert. Hast du das gesehen? Ja. Was ist das? Was ist das? Was schießt du auf den? Ich weiß... Ich... Ist das meine... Bonus. Flower Petals will fall on your target for extra damage. Oh. Ja, es ist mein... Oh Gott, nein. Tschüss. Falsche Knöpfe! Falsche Knöpfe! Ich links an die Wand. Meine Finger lagen nicht an den korrekten Stellen, wo sie liegen sollten. Das war ein Problem. Fette Finger. Ne, die waren einfach nur eins verschoben. Ich versuch meine Willwahn zu triggern. Willwahn! No rare enemies nearby. Die sind alle bei mir. Flower Petals. Willwahn! Ich renne die so hinterher. Wie bist du hier eigentlich gestorben? Wir sind zwei Grabsteine. Ja, Willwahn? Da fällt ne Feder. Da fällt ne Feder! Sammeln sie ein. Wir haben jetzt schon 10.000 Federn. Ne. Ne. Willwahn! Hey, wo muss Kümsen drauf? Oh. Ja, haben sie ja gesagt. Das geht auch. Schiss. Double Hook. Willkommen keine mehr. Hast du vorhin... Willwahn! Hast du keine ruhige Minute gehabt? Oh Gott, diese... Sieht wie alles aus, aber nicht wie Blütenblätter. Willwahn! Hier endet die Fahrt. Ich muss in den Wagen einsteigen. See ya, bitches! Ich fährst jetzt auch schon Bahn. Ja. Oh, da ist einer! Aber ich will das eigentlich nicht in den Wagen bekämpfen. Ich bin jetzt auf der Insel. Oh mein Gott! Ich mach so viel Schaden. Oh mein Gott! Oh, ist es tot! Oh nein! Ist es tot? Es ist tot! Wo hat es was verloren? Zurückfahren! Da! Nein! Nein! Ich falle! Ich hab's! Oh, hier liegt Gold. Ja, vom... Boah, hier liegt voll viel Gold. Vom... Vier Gold lag da. Vom Wübern. So viel Gold verliert der? Ich schenk schon. Lass die nur noch machen. Oh! Neuer Wübern. Ich sollte vielleicht nicht drun rumstehen. Ich kann mich nicht zu dir teleportieren. Jojo, do your thing. I did it. I did it, red it. Okay, ich kann... Ich kann jetzt mit Wübern umgehen. Ich möchte auch ein Jojo. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Das ist irgendwie gedroppt von irgendwas. Und dann 50 Gold für den Handschuh ausgeben. Joa, läuft. Oh. Und ich will Titanium finden. Du bist zu viel. Und die Weltherrschaft. Oh Gott. Das ist eine Kiste. Das alles. Warum hat die keiner gelootet? Warum hat die keiner gelootet? Das alles und noch viel mehr. Warum bringt mich der Sand um? Würde ich machen. Wenn ich König von Terraria wäre. Ja.